Ja, wir könnten eigentlich ganz klar gewinnen. Wir waren die bessere Mannschaft, ja. Unnötig ins Elfmeterschießen gegangen. Wie gerne hättest du einen Tor geschossen im Halbfinale? Oh, natürlich sehr gerne. Das wäre natürlich schon ein schöner Moment meines Lebens. Hätte gerne ein Tor geschossen. Dann hast du einen Elfmeter geschossen, jetzt im Elfmeterschießen. Hattest du ein bisschen Bange, dass du ihn nicht reinmachst? Klar, dieses Gefühl ist immer da, dass man ihn nicht reinmacht, aber wenn man ihn reinmacht, fällt auch ein Stein vom Herzen und das war richtig schön, wenn er dann drin ist. Ja, das war ganz okay. Jetzt haben wir wieder gute Laune, ja. Hättet ihr gerne ein Tor geschossen oder wolltet ihr ins Elfmeter schießen? Ja, natürlich. Wir hätten vorne unsere Chancen reinmachen müssen, hinten waren wir eigentlich ganz gut gestanden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like, und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK-TV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.